Wer hätte gedacht, dass aus der Gewinnerin von Germany's Next Topmodel einmal eine der heißesten Pomi-Damen wird? Zu Beginn ihrer Karriere sah Stefanie nämlich noch richtig süß und kindlich aus, wie auf diesem Foto zu erkennen ist. Inzwischen zeigt sie sich immer wieder ganz schön freizügig auf Instagram. So auch auf ihren neuesten Schnappschüssen, auf denen sie ungeniert ihren Tanga zeigt. Gemeinsam mit ihrem Freund Marcus Butler verbringt das Model einige Tage in Lissabon, der schönen Hauptstadt Portugals. Als entspanntes City-Outfit wählte Stefanie eine weite Hose in beige und eine schwarze, bauchfreie Sweatjacke. Mit diesem Look lässt sie ganz schön tief blicken. Nicht nur ihre schlanke Körpermitte kommt dabei perfekt zur Geltung, sondern auch ihr schwarzer Tanga, der aus der Hose hervorblitzt. Ganz schön sexy, wie sich Stefanie Giesinger da präsentiert. Sie ist eben Profi und weiß ganz genau, wie sie alle Blicke auf sich ziehen kann. Auf den Aufnahmen zeigt sie sich von ihrer heißen Kehrseite. Und bringt mit einer Nahaufnahme ihres schlanken Bodies die Fans zum Ausrasten. Auch ein Pärchenfoto mit Freund Marcus Butler darf natürlich nicht fehlen. Dieser scheint von Stefanie's sexy Look genauso angetan zu sein, wie die Fans, welche das Model mit vielen positiven Kommentaren überhäufen. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.